Herzlich Willkommen YouTube! Herzlich Willkommen bei TRANZ17TV und Uncharted 4, dem schönsten, dem schnellsten, dem besten und dem tollsten Spiel von 2016, 2017, 2018. Euer TRANZAC heißt euch wieder mal Willkommen bei Uncharted 4. Ich freue mich auf eine schöne neue Runde mit euch und hoffe, dass ich hier jetzt gleich irgendwie einen Weg rüber finde und nicht darunter fallen. Unser Bruder ist ja verschollen das letzte Mal auf der anderen Seite. Also geht das denn nicht irgendwie? Da kann ich nicht rüber springen. Irgendwie muss ich doch da rüber kommen können. Das geht doch bestimmt irgendwie. Ich kletter da mal einfach. Da ist doch eine Möglichkeit. So und ihr Lieben, wenn euch das ganze gefällt, dann seid doch bitte so lieb und lasst einen Daumen da. weiter, 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 weiter. Hier das Projekt. Ich kann wieder nicht abwarten. Kennst mich ja. So. Ach, habe mich hier erschrocken. Jaaa! Das war gut. Alles prima. Gehen wir weiter. So, wir brauchen bestimmt die Kiste. Nicht runterfallen. So, die schieben wir schon mal mit. Die brauchen wir bestimmt gleich. Die würde hier nicht stehen, wenn wir die nicht brauchen würden. So, komm. Hallo, Kiste, komm mit. Geht die nicht mit? Die geht nicht. Die geht nicht mit. Doch, jetzt. Die brauchen wir bestimmt gleich. Ich nehm die schon mal mit. Wo bist du denn überhaupt? So, lass mal wieder los. Ich muss erstmal hier die Lage einschätzen. Da kommen wir nicht durch. Das ist wahr. Also brauchen wir die Kiste nicht hier, sondern brauchen die... Kriegt das nur irgendwie hin, ja? Wow, wow, wow. Das macht einfach so einen Spaß, hier mit dem Ding durch die Gegend schieben. Ich würde mal so sagen, die muss bestimmt hier irgendwie hin. So, gucken, was... Nein, nun lass los, lass los. Da ist... Da war eben... Hier kann man was... L1. Was kann man hier machen? Was müssen wir hier machen? So. So. Sag du mir, was ich hier machen muss. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich spring mal einfach runter. Oder? Nein! Oh, doch nicht, wenn der... Nun mach da wieder ran. Mach ihn da ran. So. Ich würde sagen... Wir müssen hier bestimmt doch irgendwo... Da sind... Da, 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 da ist was. Boah! Oh! Alter Schwede, ist der Mann sportlich. Und ist da was? Ein Moment! Da kommen wir wieder hoch. Da war also nix. Ganz klasse. Also L1. Dann gehe ich da wieder rüber, genau. Das langt, glaube ich, noch nicht. Wollen wir noch ein bisschen mehr Schwung haben. Nee! Das hat nicht gelangt! Oh, krass! Alter, was hier ein heftiger Tod. Eieieieiei! Okay. Da sind wir ja sowieso wieder hier. Brauchen wir uns den Weg nicht zurück machen. Er sagte, das ist Sackgasse. Ja, wo soll man denn hier lang? Ja, sag mal, sag mal was. Hast du mich nicht gehört? Wann? Vorhin. Ich hab dich gerufen. Nichts gehört. Wieso? Hast du besorgt? Ich war besorgt, dass du dich ablenken lässt. Jetzt bin ich abgelenkt. Was soll das denn heißen? Nichts. Wollen wir? Was? Was? Tja. Das hat irgendwas mit diesem Baum hier zu tun. Also ich denke mal, wir müssen da trotzdem runter, weil da geht es ja nicht weiter. Das ist natürlich doof. Hier ist auch nichts. Kein Schatz, kein nix. Hier vielleicht noch irgendwas, dass wir einen Schatz übersehen haben. Auch nicht. Wir können auch nicht sprengen. Wir haben nix. Also ich füße jetzt keine andere Möglichkeit, außer... Ich geh jetzt mal... Ich müsste ja dann wahrscheinlich sonst da rüber vielleicht. Aber so weit kann der ja nie im Leben springen. Da ist auch noch was. Da... Vielleicht könnte das klappen. Wenn er sich da ran... An das kleine Ding da... Oh, auf die kann er so weit springen. Vielleicht... Sch... Du... Nee. Schiet. Das hat er nicht geschafft. Hm. Was hat das mit dieser Kiste auf sich? Die Kiste, die... Die brauchen wir doch irgendwie. Da können wir da nicht mit hoch. Wenn wir... Die hier hinstellen. Darüber steigen können wir auch nicht irgendwie, ne? Nee. Verdammte Axt. Was hat das mit dieser Kiste auf sich hier? Wir kommen ja hier auch nirgendwo hoch. Warte mal. Da. Da sind doch diese Vorsprünge. Und da jetzt... Boah. Bisschen wei... Okay, so. Und jetzt oben rauf. Geh mal oben rauf. Da sind doch auch... Aber die sind nicht gekennzeichnet. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich versuche das trotzdem mal. Nee. Nee. Das funktioniert auch nicht. Ah, die Ladezeiten sind ja super kurz hier, ne? richtig genial. I love that game. I love that game. I love that game. Nach unten abseilen geht auch nicht. Ins Wasser. Das hat irgendwas mit diesem Baum hier zu tun. Wir könnten auch hier hingehen. Nee, das macht er nicht. Weiter läuft er nicht. Okay. Okay. Nun geh rüber da. Gehst du jetzt nicht mehr über das... Denk da rüber, oder wat? Nun geh rüber da. Doch, geht doch. Ich wollte schon sagen, ja, kann ich mir über das kleine Ding jetzt rüberspringen, na? Mann, Nate, nun gib mir doch mal einen Tipp hier. Ja, das haben wir doch vorhin schon erwähnt. Ah, wir müssen bestimmt... ...dass du dich ablenken lässt. Jetzt bin ich abgelenkt. Was soll das denn heißen? Nichts. Wollen wir? Ja. Los. Was ist da irgendwas? Die Kiste. Hier runter? Kann ja auch nicht sein. Also andere Seite... Diese Seite geht ja nicht. Dann kann ich ja... Kann es ja nur noch hier sein. Tatsache. Das muss hier irgendwo sein. Ich muss nur mal sehen, dass ich da irgendwie rankomme jetzt. Das müsste aber eigentlich schon fast klappen gleich. Einmal richtig schön schwunkeln. Ja. Wunderbar. Und da ist noch einer. Nice. Und ich soll jetzt bestimmt darüber... Kann ja gar nicht anders sein. Wow. Ja, wir kommen langsam voran hier. Ja, das macht man. Tu es. Da ist nix. Da geht's nicht weiter. Oder ist das hier ne... Ne. Da geht's nicht weiter. Ne. Ist das ne Falle? Oder was ist das? Oder... Ach, hier rüber auf die andere Seite. Alles klar. Ja. Alles klar. Und da haben wir noch ein. Wow. Indiana Jones. Wow. Und hoch. Geben. Hoch, 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 hoch. Schön hoch. Und schön festhalten. Und schwing dich. Jawohl. Wie geht's dir? Bestens. Mein lieber, bestens. Wenn ich jetzt wüsste, wo es weitergeht hier, würde es mir noch besser gehen. Ja. Hm. Von da bin ich doch gerade gekommen. Ich muss doch hier irgendwie weiter, oder nicht? Und geh hoch da. Falscher Weg. Ach, nee. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Der Weg ist auf jeden Fall falsch. Wo ist der richtige Weg? Da. Momento mio. Da geht's lang. Oh, ich muss noch ein bisschen Schwung holen. Wow, Indiana Jones. Wow. Ja, mein Lieber. Voll sportlich, oder was? Jetzt kriegen wir das langsam drauf hier, mein Lieber. Das läuft. Wow. Hoffentlich, das war nicht alles umsonst. Ich könnte mal wieder einen Schatz gebrauchen. Wie sieht's denn hier mit Schatzfunden aus? Schatzfunden. Pfund, Pfund. Ja, kein Wunder. Wer will hier denn rumklettern? Was haben wir hier? Da, ein Schatz. Na, endlich. Was haben wir hier denn Schönes? Schale aus Nifrit und Jade. Immerhin. Da kommen wir nicht hoch. Aber immerhin, einen kleinen Schatz gefunden. Das hat sich doch schon gelohnt hier. Ha. Da war unsere Kiste. Wo geht das denn hier jetzt weiter? Verdammter Axt. Ich seh hier. Doch, da oben ist irgendwas. Da ist ein... Der ist aber weit weg. Ohne Momento. Krieg ich den von hier? Ach, von außen. Alles klar. Geh mal raus. Jawoll. Hast du da geahnt, dass wir je so was Irres machen würden? Ne. Nein, nicht wirklich. So was Beklopptes würde ich im realen Leben nie machen. Oh mein Gott. Und jetzt? Soll ich da rüber springen, oder wie? Äh. Ne. Ähm. Ich soll. Darüber. Halleluja. Oh, nicht so weit. Uh. Oh, krass. Hat geklappt. Das war tatsächlich richtig. Wow. Sieht das klasse aus. Oh. Ja, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Wow. Das war im letzten Augenblick. Nu, komm nu. Abgefahren, abgefahren. Da ist wahrscheinlich... Da ist der nächste Haken. Wow. Ich schätze mal, da müssen wir bestimmt runter. Habst du klar? Wow, ist das schön hier. Wow. Wow. Hier gibt's viele Vorräte. Werkzeug, Saatgut. Vorräte. Weit über dem Verfallsdator. Wow, wow, wow. Da soll noch mal jemand sagen, das Spiel ist nicht das schönste Schatzsuchspiel, das es gibt. Ich geh erstmal ne Runde schwimmen. Ah, herrlich. Erstmal ne Runde chillen, ja. Ah, ist das schön. Kann man ja auch tauchen. Ne, ne? Tauchen. Boah, der kann auch tauchen. Wie geil ist das denn? Cool. Wow. Ich muss mal eben gucken, wie das auftauchen geht. Nicht, dass er gleich... ertrinkt. Wow, ist das geil. Ist das cool. Das ist ja wie in Last of Us. Wow, ist das cool. Ist hier noch ein Schatz irgendwo? Ist das geil, ist das geil. Ah, ich muss wieder hoch. Der arme Nate hier. Erstmal noch ein bisschen umgucken hier. Bevor wir wegschwimmen. Sam, hier. Hey. Vielleicht wollten die einen riesigen Freizeitpark bauen. Piratenland. Sam, schau dir das Diorama an. Sieht wie eine Stadtstraße aus. Glaubst du, die haben das alles gebaut? Bei diesen Kerlen schwer zu sagen. Am größten und am kunstvollsten Rathaus, Schatzhaus. Unterkunft im Stil der Wohngemeinschaft. Kleine Gebäude, Zimmer für Diener, einzelne Häuser. Hm. Das sieht ja klasse aus, ne? Da ist noch was. Ist das ein Schatz? Ist das ein Schatz? Das ist nicht gut gemacht. Kann man den mitnehmen? Mitnehmen. 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 Wollen wir da zurücklegen? Ach, ist das alles schön hier. Braunhausen. Okay. Braunhausen. Mein Gott, hier gibt es so viel zu entdecken. Das schaffe ich gar nicht alles in einer Folge hier. Muss ja gleich schon wieder einen Cut machen hier. Die Folge ist ja schon wieder viel zu lang. Also für mich ist das immer noch das schönste Schatzsuchspiel, was es überhaupt gibt. Da kommt keine Lara Croft mit. Kein Tomb Raider. Sieht aus, als schreiben sie ihren Verhaltenskodex. Die Piratenverfassung. Hm, hier ist noch mehr, ne? Da sagt er auch noch was. So fing alles an. Obwohl ich durch diese ganze Piraten-Story, ehrlich gesagt, nicht so ganz mehr Durchblicke mittlerweile, muss ich mir wohl noch mal ganz in Ruhe reinziehen. Aber es ist einfach... Das ist halt nicht immer wie geplant. Tja, so. Ich würde sagen, meine Lieben, wir machen hier einen kleinen Cut, so schön es auch ist. Wir machen beim nächsten Mal weiter in diesem wundervollen Spiel mit dieser wundervollen Vegetation. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Ich stelle mich hier extra noch schön in die Blumen, in die schönen... Ach, mein Gott, ist das hübsch. Ich würde hier ein schönes Panorama machen, ein schönes Abschlussbild. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bleibt gesund, haut rein. Und wenn ihr Bock habt, dann lasst doch eine Bewertung da. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ciao.